Du kommst beim Sex zu früh, immer und immer wieder. Und du bist vielleicht an einem Punkt, wo du nicht nur enttäuscht bist, sondern auch wirklich frustriert bist und vielleicht sogar ein Stück weit auch wütend auf dich selbst bist. Das Schlimmste ist aber, du weißt vielleicht nicht so genau, wie cool deine Partnerin, deine Freundin, deine Frau mit deiner sexuellen Ausdauer im Bett ist. Sie sagt zwar vordergründig, hey, das ist alles cool, das ist für mich in Ordnung, aber trotzdem sind da immer diese leisen Gedanken in deinem Kopf, die suggerieren, hey, vielleicht ist sie total unzufrieden, vielleicht ist sie unerfüllt, vielleicht wünscht sie sich mehr. Und genau aus dem Grund schmeißt du dein Laptop an oder nimmst dein Handy zur Hand, um endlich eine Lösung zu finden für dieses Problem. Und natürlich, wenn es um das Thema länger durchhalten im Bett geht, findest du auf Anhieb viele verschiedene Informationen. Man empfiehlt dir doch einfach mal häufiger, die Stellung zu wechseln. Man empfiehlt dir an, die stinkenden Socken von deiner Oma zu denken. Oder aber, du sollst dir einfach kurz vorher eine runterholen, dann kannst du auch am Ende beim Sex länger durchhalten. Tja, aber irgendwie haben all diese Tipps nicht so richtig funktioniert. Denn sonst wärst du nicht hier und würdest dir dieses Video anschauen. Genauer gesagt gebe ich dir in dem Video eine Methode mit an die Hand. Eine Methode, ein Training, das dich beim Sex definitiv deutlich länger durchhalten wird. Und diese eine Methode nennt sich Masturbationstraining nach PAZ-Formel. Es gibt, wenn es um das Thema zu früh kommen geht, eine Gleichung, die du einfach verstehen musst. Und diese Gleichung sieht so aus. Viel Anspannung beim Sex sorgt für einen schnellen Orgasmus. Und andersrum, viel Entspannung beim Sex sorgt für einen späten Orgasmus. Heißt also umgekehrt, wenn du beim Sex häufig zu früh kommst, dann trägst du zu viel Anspannung in dir. Ganz einfach. Und das ist im Grunde alles, was du über das Thema zu früh kommen wissen musst. Jetzt ist es so, dass die Anspannung an zwei verschiedenen Orten bei dir entstehen kann. Auf der einen Seite gibt es die mentale Anspannung, also die Anspannung, die im Kopf entsteht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die rein körperliche, die physiologische Anspannung, die einfach in deinem Körper entsteht. Und natürlich ist auch völlig klar, dass beide Anspannungen sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wenn du beim Sex länger durchhalten möchtest, wenn du deinen vorzeitigen Samenerguss loswerden möchtest, musst du einfach nur lernen, diese Anspannung beim Sex loszuwerden. Und wie genau das funktioniert, das lernst du im Masturbationstraining nach PAZ-Formel. Wenn du Sex hast, ist es völlig normal, dass natürlich mit der Zeit deine Erregung immer höher und höher und höher geht. Und es ist gleichzeitig auch völlig normal, dass die Anspannung in deinem Körper gemeinsam mit der Erregung auch immer größer und größer wird. Das heißt, es ist etwas völlig Natürliches, dass mit zunehmender Erregung auch deine körperliche Anspannung immer weiter steigt. Du kriegst es meistens nicht bewusst mit, aber irgendwann mal ist deine körperliche Anspannung so hoch, dass sie sich entladen muss. Und wie entlädt sie sich? Sie entlädt sich natürlich mit einem Orgasmus. Und dann, wenn du nicht alles komplett falsch gemacht hast, bist du nach dem Orgasmus körperlich sehr, sehr entspannt. So, das Ding ist jetzt, wenn du nicht sensibilisiert bist für diese Anspannung in deinem Körper, dann übernimmt diese Anspannung die Kontrolle über dich und deine Erregung. Und die Folge ist dann letztendlich auch, dass du zu früh kommst. Genau das kannst du letztendlich üben. Du kannst es üben, diese ganz feinen, teilweise subtilen Anspannungen in deinem Körper bewusst wahrzunehmen und dann wieder zu entspannen. Also immer wieder zurück in die Entspannung zu kommen. Und die Folge ist dann letztendlich, dass deine Erregung viel, viel langsamer steigt. So, es ist die Frage, wie übst du das Ganze? Und das Ganze übst du mit dem Masturbationstraining nach PAZ-Formel. Lass uns kurz durchgehen, was diese PAZ-Formel bedeutet. Das P von PAZ steht für Pornografie. Was wir beim Masturbationstraining machen wollen, ist, wir wollen komplett auf Pornografie verzichten. Normalerweise, wenn du masturbierst und du schaust dir dabei einen Porno an, dann bist du mit deiner kompletten Aufmerksamkeit auf deinem Bildschirm, auf deinem Handy oder auf deinem Laptop oder auf deinem Bigscreen-TV, Du bist mit deiner Aufmerksamkeit außen. Aber wo bist du auf jeden Fall nicht mit deiner Aufmerksamkeit? In deinem Körper. Aber genau da muss deine Aufmerksamkeit sein, wenn du dich sensibilisieren möchtest für diese feinen Anspannungen, die in deinem Körper immer und immer wieder entstehen. Deswegen ist der erste Punkt, das P, ganz, ganz wichtig, keine Pornografie. Der zweite Punkt, oder der zweite Buchstabe, ist das A. Und das A steht für Atmung. Und eine Sache wirst du relativ schnell feststellen. Wenn du beim Sex oder bei der Masturbation, beim Masturbationstraining tief atmest, immer und immer wieder tief atmest, dann wirst du ein viel, viel feineres Gespür für deinen Körper bekommen. Dann wirst du viel genauer spüren, was da bei dir im Körper abgeht. Und ganz genau aus dem Grund ist es super wichtig, dass du beim Masturbationstraining immer wieder zu einer tiefen Atmung findest, weil dein Körper sich dadurch mehr entspannt, A. Und B, weil du dann ein besseres Gespür für deinen eigenen Körper hast und genauer wahrnehmen kannst, was da abgeht. Und der dritte Punkt, der dritte Buchstabe in der PRZ-Formel ist das Z. Und das Z steht einfach für Zeit. Wenn du also diese körperliche Wahrnehmung hast, die du erzeugst durch das Weglassen von Pornografie und die tiefe Atmung, dann brauchst du einfach nur noch ein gewisses Maß an Zeit, um deinen Körper immer besser kennenzulernen. Und wir sprechen hier von mindestens 20 Minuten. 20 Minuten Zeit, die du dir nimmst, um dich ganz entspannt bei voller Privatsphäre in dein Bett reinzulegen oder auf deinem Sofa, wie auch immer, die Augen zu schließen, mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper zu kommen und anzufangen, ganz gemächlich an dir rumzuspielen. Und während du an dir rumspielst, hast du genau zwei Aufträge, die ich dir jetzt mit auf den Weg gebe. Der erste Auftrag ist, ne, den habe ich jetzt vergessen. Der erste Auftrag ist, du achtest bitte immer und immer wieder auf die Anspannung in deinem Körper. Du achtest immer wieder ganz bewusst darauf, wo spannt sich gerade was an. Es ist zum Beispiel total typisch, dass sich deine Beine anspannen werden. Es ist total typisch, dass sich deine Bauchmuskulatur anspannen wird. Es ist total typisch, dass sich deine Po, deine Pobacken anspannen werden. Und zu guter Letzt, last but not least, deine Beckenbodenmuskulatur. Auch die wird immer und immer wieder in die Anspannung gehen, ohne dass du das willst. Dein erster Auftrag ist es einfach, genau diese Anspannungen bewusst immer wieder wahrzunehmen und dann die Anspannungen wieder zu lösen, wieder zu einer Entspannung zurückzukommen. Dein zweiter Auftrag ist es, immer wieder zu ermitteln, wo du dich auf einer Erregungsskala von 1 bis 10 gerade befindest. Ich blende dir hier mal die Erregungskurve, die typische männliche Erregungskurve von Masters und Johnson ein. Du siehst hier, deine Erregung kann sich bewegen, zwischen 0 überhaupt nicht erregt und 10 so erregt, dass du einen Orgasmus hast. Und jetzt siehst du auf dieser Skala, dass du ab einer Erregungsstufe von 7 du in diese kritische Orgasmusphase eintrittst. Das ist die Phase, wo du dich fast nicht mehr zurückhalten kannst, wo deine Erregung so stark ist, dass sie nur noch sehr, sehr schwer zu kontrollieren ist. Was du bitte machst, ist, du beobachtest immer wieder, wo ist meine Erregung so gefühlt? Bei einer 5, bei einer 6, bei einer 9 und wann immer du merkst, dass du über eine 7 kommst, also so langsam in diese Orgasmusphase eintrittst, dass du dich dann wieder ein bisschen zurücknimmst, dass du dann durch tiefe Atmung, durch Entspannung oder einfach durch das Unterbrechen der Stimulation deine Erregung wieder ein bisschen senken lässt, sodass du dich auf dieser breitflächigen Plateauphase befindest und einfach dort immer und immer weiter an dir rumspielst und immer weiter darauf achtest, deine Anspannungen wieder zu lösen. So, und warum machen wir den ganzen Prozess? Nummer 1, du lernst auf diese Art und Weise, deine Anspannungen bewusst wahrzunehmen und zu lösen und wenn du genau das lernst, wirst du automatisch beim Sex länger durchhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, du konditionierst deinen Körper ein Stück weit darauf, die Erregung einfach langsamer zu steigern. Du konditionierst deinen Körper darauf, dass er sich auf dieser langgezogenen Plateauphase bewegt und nicht so schnell in die Orgasmusphase eintritt. Ich höre schon den kritischen Zuschauer, der sich das Video jetzt hier anschaut und sagt, ja Moment mal, es ist ja schön und gut mit dieser körperlichen Entspannung, aber wenn ich Sex habe, dann bin ich ja die ganze Zeit körperlich angespannt. Es geht ja gar nicht anders, weil ich die ganze Zeit meine Muskeln benutzen muss, um zum Beispiel zuzustoßen. Und ja, das stimmt ein Stück weit. Ein Stück weit ist es richtig. Und genau aus dem Grund will ich dir an der Stelle ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du diese Anspannung auch beim Sex immer und immer wieder lösen kannst. Das Erste, was Anspannung gezielt löst, ist Bewegung. Anspannung in deinem Körper entsteht immer erst, wenn ein Körperteil statisch ist oder wenn du immer die gleiche monotone Bewegung machst. So entsteht Anspannung in deinem Körper. Wenn du aber dich beim Sex immer wieder facettenreich bewegst, dann kann sich diese Anspannung immer wieder lösen und dein Körper bleibt insgesamt relativ entspannt. Ich gebe dir mal ein ganz pragmatisches Beispiel. Wenn du zum Beispiel diese typische Rein-Raus-Bewegung machst mit deinem Becken, also mit deinem Po immer vor und zurück gehst, dann bietet diese monotone Rein-Raus-Bewegung die Grundlage dafür, dass sich dein Po, dein Becken, deine Oberschenkel einfach anspannen und auch dein Bauch. Wenn du jetzt aber in diese monotone Rein-Raus-Bewegung immer wieder kreisende Hüftbewegungen einbaust, immer mal wieder auf eine kreisende Art und Weise zustößt und dein Becken ein bisschen kreisen lässt, dann kann sich diese Anspannung immer wieder lösen und dein Po kann entspannt bleiben, deine Beckenbodenmuskulatur kann entspannt bleiben und auch deine Oberschenkel und dein Bauch. Und die andere Art und Weise ist, mehr aus dem ganzen Körper zu stoßen. Die meisten Männer benutzen zum Zustoßen einfach ihre Po-Muskulatur, spannen den Po an, sodass der Penis nach vorne geht. Was du aber machen kannst, ist, du kannst diese Stoßbewegung nicht nur aus deinem Becken raus machen, sondern mehr aus dem ganzen Körper ableiten, sodass du deinen ganzen Körper zum Stoßen benutzt. Wenn ihr zum Beispiel in der Missionarstellung seid, funktioniert das wunderbar und ich kann dir sagen, dass die meisten Frauen das auch lieben, einfach noch mehr Reibung von deinem Körper zu bekommen. Jetzt gibt es natürlich wieder diesen kritischen Zuschauer, der völlig zu Recht jetzt eine Sache bemängelt und zwar bemängelt der, hey, wir haben jetzt am Anfang haben wir ermittelt, dass es zwei verschiedene Formen von Anspannung gibt. Es gibt einmal die körperliche Anspannung und es gibt einmal die mentale Anspannung. Was wir aber jetzt gemacht haben, ist, wir haben nur über die körperliche Anspannung gesprochen und die mentale Anspannung noch komplett außer Acht gelassen. Und das ist völlig richtig, das stimmt. Es gibt noch diesen kompletten anderen Part, die mentale Anspannung. Aber dafür ist dieses Video an der Stelle einfach ein bisschen zu kurz. Aber lass uns dazu einen klitzekleinen Deal ausmachen. Ich bringe exakt heute in sieben Tagen oder vielleicht sieben, acht Tagen, bringe ich ein weiteres Video raus, wo wir ganz gezielt über diese mentale Anspannung sprechen und wie du diese mentale Anspannung los wirst. Und bis dahin, und das ist unser Deal, bis dahin übst du dreimal, mindestens dreimal das Masturbationstraining nach PAZ-Formel. Und dann würde ich sagen, musst du natürlich auf jeden Fall unbedingt den Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit du das Video auch mitbekommst nächste Woche. Bis dahin, halt die Ohren steif, üb fleißig und bis nächste Woche. Ciao, ciao.